Willkommen bei Camino und Flexi und heute werden wir in den verbotenen Venom-Film um 3 Uhr nach... Venom! Wir haben heute Mittag auf dem Flohmarkt einen richtig krassen Film entdeckt, man. Und zwar Venom, aber in der 3 Uhr nachts Limited Edition. Hier steht, und auf der Rückseite stehen noch viel krassere Sachen, hier steht, in dieser verbotenen 3 Uhr nachts Venom-Film Edition passieren die schlimmsten und gruseligsten Sachen, man. Mein Gott, und du weißt es, wir haben extra so lange gewartet, es ist jetzt 3 Uhr. Das war aber noch nicht alles Flexi, man. Hier steht auch noch, wirst du Venom zum Leben erwecken? Was? Das war der Grund, warum wir den Film gekauft haben. Das werden wir probieren Flexi. Durch den Film können wir vielleicht Venom erwecken, der echte Venom-Nummer. Und da steht noch was, schaue diesen Film niemals alleine um 3 Uhr nachts Flexi. Das Gute ist, ihr wisst Bescheid, Camino und Flexi ist niemals alleine, entweder ist Camino oder Flexi, am besten zu zweit, nämlich wir beide, deshalb geht mal jetzt einen Daumen nach oben. Wir haben so lange gewartet, bis es 3 Uhr nachts ist, ihr seht es hinter uns, deswegen gibt es mal einen fett Like, man, auf dieses Video, einen fetten Daumen nach oben. Schaffen wir die 5362 Likes, man. 62, 61 Likes. 63, jetzt in die Kommentare, Leute. Tag, wo sieht der Film aus? Alter, guck dir das mal an, Flexi. Venom, 3 Uhr nachts? Selbst die DVD-Lebmann, guckt euch das an, wie heftig das ist, krass, Alter. Alter, das habe ich auch noch nie gesehen, habe ich noch nie gesehen, ich freue mich schon so auf diesen krassen Film, Limited Edition, 3 Uhr nachts, man. Extra für euch gekauft, wir werden es testen, weil, wie gesagt, immerhin, wir sind nicht alleine, sondern immer zu zweit, immer mit BFF an der Seite. Nun, bevor wir jetzt anfangen, würden wir natürlich noch was zum Snacken holen, Flexi, ohne Film, ohne Popcorn, egal wie Flur, wir brauchen was zu Snacken, was zu trinken. 3 Uhr nachts, let's go. Lass uns mal reinschauen, was hier so geil ist. Was ist denn, Flexi, Mann? Ja, dieser Venom Energy Dream, den habe ich extra für uns geholt, Mann, Venom Energy. Für diese Folge, für den Film. 1,5 Liter, Flexi, Mann, die dafür halt, oh mein Gott, krass, was du trinkst, Kokosnuss, ne, Kokosnuss, ne, geiler Salat, Mann. Ist okay, ne, 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 was anderes, mal was gesundes, so, oder zum Kino-Film, man, nicht immer Popcorn. Kokosnuss, Venom Energy, ohne Zola, Venom Energy Zero, Alter, let's go, das ist krass. Mann, das ist ein richtig geiler Film, aber mit den neuen Venom-Illegalen, 3 Uhr nachts-Film, Mann, Flexi. Aber, Kamil, das ist ne ganzen Kokosnuss, wie kriegst du die auf? Flexi, man kennt sie die nicht, die gibt's so im Handel zu kaufen, Mann, dann machst du hier mit diesem Holzpixer hier oben ein Loch rein, zack. Und jetzt theoretisch. Hey, 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 ey, das ist Kokosnuss, aber ich nehm den Papiersträumen, die Papiersträume, die sind einfach so öko-bewusst und geil, Mann. Das stimmt, besser als plassisch auf jeden Fall, bitte jetzt nicht, nur zum Film. Du musst erstmal den Film einlegen, oder? Du, Flexi, dann müssen wir auch den Film einlegen, halt mal hier, los geht's, klar, Mann, Leute, seid ihr bereit, Mann, dann schauen wir jetzt, wie viel, Flexi, bist du bereit? Flexi, Flexi! Was, K-Man? Ihr haut den Film jetzt rein, wir wollen den alle sehen. Flexi, Mann, was machst du denn mit meiner Kokosnuss, lass dich doch in Ruhe. Ich mach doch gar nichts, seine Kokosnuss steht hier, mach doch jetzt endlich den Film rein. Was geht denn jetzt ab, Mann? Freunde, ihr wollt alle den Film sehen, dann legen wir den jetzt ein, seid ihr bereit? In 3, 2, 1. Flexi, Mann, der Film ist drin, wenn du bereit bist, dann drück gerne auf Go. Ich bin bereit und ihr seid bereit, also let's go. Boah, der geht schon richtig ab, ey, krass. Ah, das ist Venom. Ah, Leute, Mann, der Film fängt schon wieder richtig krass an, Mann. Wie ist so verwandelt der sich, Mann? Was ist da, was geht da jetzt ab, Mann? Seine Zähne, ey, schau mal, alles an, ey. Im Labor geht's richtig ab, Mann, was denkst du? Dann schau doch mal, wie das alles loszieht, ey. Schau mal, was da ist, ey. Hä? Das Venom und er redet mit seiner Hand. Er spricht. Er kommt aus seinem Körper, aus seinem Rücken und spricht mit ihm. Mann, das ist so krass, ey. Leute, lass jetzt mal einen fetten Daumen da. Mach mal einen Like nach oben. Venom ist echt krass. Die Zähne, die Augen und so. Oh mein Gott, im Wald, da waren wir auch schon, Kevin. Wir waren auch schon im düsteren Wald, voller Nebel. Im Wald, Mann? Oh, da waren wir auch schon. Im Wald? Was geht denn jetzt? Im düsteren Wald, in 3 Uhr nachts, Wald. Das kennt ihr, wenn ja, gibt ein Like. Alter, ah! Hau, schau mal. Ja, mach's durch, ich dachte gerade, wie der Wellung kommt, Mann. Ah, ah! Ja, aber der andere hat's drauf. Wieso lacht der? Wieso lacht der? Ich hab keine Ahnung, Mann. Vier größer als du. Aber das sieht nicht gut aus, Mann. Bedroht. 3 gegen 1. 3 gegen 1, Mann. Irgendwas ist falsch, Mann. Irgendwas stimmt dir. Da wäre es keine Chance. Ja, komm gar nicht mehr, Flexi, weil das ist viel zu krank. Ich guck dir nicht mehr. Guck dir das an, Mann. Das ist viel zu heftig. Was geht denn hier ab? Wenn du mitbrüsten, Alter. Was ist denn? Was willst du denn? Wir müssen jetzt weiterschauen. Wir haben uns jetzt extra gekauft, Mann. Lass eine Pause in einmal. Wir alleine, Flexi. Ich guck dir nicht, Mann. Das ist viel zu heftig, Mann. 3 … Uff, so. Ganz genau. Doch, doch. Wir haben dir noch extra gekauft, dass wir ein bisschen Action, ein bisschen Horror, und ein bisschen Comedy in eine Folge verarbeiten können. Film ist drin. Den Film müssen wir schon weiterschauen. Außerdem habt ihr noch zu wenig Likes gegeben, Mann. Ihr lasst jetzt mal fette Likes da. Fette Daumen nach oben. Das ist was anderes. Irgendein dann auch abonnieren ist kostenlose auf YouTube. Komplett kostenlos. Aber ich glaube, dass unsere Fans richtig viele Likes geben, aber du nicht wegen den Likes weggedrückt hast. Du hattest jetzt richtig Schiss, Karle. Obwohl der Film gerade richtig gruselig war. Aber du kannst doch nicht einfach abbrechen. Wir müssen weiter schauen. Und es ist 3 Uhr Nacht. Das heißt, wir müssen weiter schauen. Sollen wir weiter gucken, Leute? Ist die leer? Die ist leer, ja. Und zweit, hey, wir haben noch den krassen Random Energy Drink. Was ist, wenn das auch kein echter Random Drink ist? Nein, den trinken wir. Und dann macht uns der Film noch viel mehr Spaß. Oh Mann, gut. Weiter geht's. Weiter, Mann. Es war viel zu krass, ey. Wir schauen den Film jetzt weiter. Nur für euch, Mann. Nur für euch, ihr wisst es. 3 Uhr Nacht ist die Teufelschrift. 3 Weltstunde! Hätte ich das gedacht, hätte ich den Film lieber nicht gekauft. Ja, aber schau doch mal jetzt. Gerade ist doch ruhig. Aber jetzt ist doch gerade echt nett der Film, Mann. Und da ist mir... Ja, jetzt ist doch in Ordnung. Oh mein Gott. Jetzt regnet es wieder. Oh mein Gott, Mann. Jetzt ist wieder richtig 3 Uhr Nachts Teil. Guck mal, hier mit Taschenland von 3 Uhr Nachts Stimmung, Mann. Habt ihr den Film gesehen, Mann? Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ja, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es mal einfach jetzt. Film in die Kommentare. Film. Film, wenn die auch gerne Filme schauen. So wie wir beide. Film, Mann. Film. Wir sehen BHF und schauen gerne... Filme, schau mal! Oh, überall! Siehst du diese Viecher? Ah! Flexi, Mann! Was ist das für ein kranker Schleim, Mann? Der Schleim ist schwarz! Was ist das für ein Schleim, Mann, Flexi? Das ist das Schleim. Was ist das für ein Schleim? Der ist so ekelig! Der ist so ekelig! Und der freut sich darüber! Was sagst du gerade noch? Der Film ist ein bisschen humaner geworden. Jetzt ist er wieder krank und er lacht. Ich weiß, ich weiß. Ich hab keine Ahnung, Mann. Jetzt kranker Sam. Was ist das? Sahara, oder was? Moondrop! Moondrop! Was, Sahara? Leute, das ist so krank! Mein Gott, das ist krass. Ey, die Version hätten wir niemals kaufen. Nötig um 3 Uhr nachts. Ey, vor allem, die ist limitiert. Da gibt's wahrscheinlich nur 5 Stück auf der ganzen Seite. Ich weiß! Schau doch mal diese Leute an, ey! Alter, Mann! Das ist viel zu krank, Flexi, Mann! Mann, was für eine Ecke scheinen diese Verwandlungen und so weiter! Alter, Mann! Was? Ich kann. Ich muss trinken. Bist du dir sicher, dass du dich trinkt? Du wolltest doch nicht. Du wolltest nicht. Ja, Mann! Auf eigene Gefahr sinkst du dich frei und wachst. Oh, 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 oh! Kamin, ah! Kamin, ah! Oh mein Gott! Kamin, Mann! Was ist denn? Kamin! Kamin, nein! 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 Kamin, was ist denn los? Kamin! Scheiß, Nehnung, Filz! Kamin, Mann! Was ist denn los mit dir in dieser Scheiß-Filz? Kamin! Was ist denn jetzt hier los? Was ist das denn? Was ist denn das für eine verrückte Sache? Oh mein Gott! Kamin! Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ja! 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 Kamin! 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 Alter! Kamin! Was war gerade los? Bist du's? Alter, was geht... Wie sieht der Fernseher aus, ey? Du hast keine... Ist das deine eigenlichste Sache? Hast du dir rausgemacht, oder was? Natürlich nicht, Mann! Scheißegal, ob der Fernseher aus ist! Was ist gerade passiert? Ja, mit dir was ist passiert! Ich weiß es nicht mehr, Frank! Du hast da getrunken! Dann kam auf einmal so ein übel krasser Lichteffekt! Und keine Ahnung! Venom hat übel abgehört! Und auf einmal lagst du auf dem Tisch und hast gespuckt! Fontänen von Wasser, Venom, Blut oder so weiter! Wo ist meine Brille hin, Mann? Ich seh gar nichts hier! Und auf einmal war der ganze Fernseher aus! Aber als der Fernseher ausging, bist du wieder aufgewacht! Ich hab dir extra gesagt, wir sollen uns nicht trinken! Du hast mich gewahrt noch so! Ich sag doch noch drauf! Eigene Gefahr! Du hattest du's! Ich war so dumm! Ich hätte auf mich hören sollen! Ich hab gesagt, nein! Aber ich hatte Durst! Salat essen, okay! Aber doch nicht! Venom Energy um 3 Uhr nachts, Mann! Bist du denn verrückt, Mann! Film alles aus, ey! Du musst mal gucken, ey! Wir müssen den Fernseher irgendwie wieder anklicken! Hä? Flexi, Mann! Da ist Strom drauf! Eigentlich müsste der Fernseher gehen! Mach mal an! Aber schau doch mal! Ich drück doch die ganze Zeit hier drauf! Und der Fernseher geht einfach nicht an! Was geht jetzt ab, Alter? Schau doch mal! Der Fernseher bleibt schwarz! Leute, das ist die Teufelstunde, Mann! Was haben das bedeuten, Mann? Geht der Fernseher? Aber ich will doch den Film jetzt weiterschauen, ey! Schau mal an, Flexi, Mann! Ich hab ne Idee! Was war? Wir haben doch noch unsere Kokosnuss vom Anfang! Ja, was willst du damit? Die machen wir jetzt auf! Dann können wir ein Stück essen! Und dann haben wir vielleicht neue Ideen, wie wir den Fernseher ankriegen! Das ist eine sehr, sehr gute Idee! Und wie kriegen wir die auf, Flexi, Mann? Die kriegt man doch eigentlich nicht so leicht auf, Mann! Einfach mit nem Hammer! So ein Hack! Hör mal ein Hammer in die Hosentasche! Ja für die Kokos doch schon den ganzen Filmladen! Leute, Flexi, hau auf, Mann! Ich bin mal gespannt, ob du das schaffst, Mann, Leute! Das ist nämlich ne Kokosnuss. 3, 2, 1, und... Oh! Alter! Wie steck denn die jetzt? Die ist offen! Hahaaa! Ah! Wie ist das? Ah, was ist hier drin? Hä? Höf dich, Mann! Das ist... Das ist... Daraus habe ich getrunken, oder was, Mann? Das ist der Schleim von Wendom, Mann! Du hast... Das ist der Wendom-Schleim, oder? Warte, du hast daraus getrunken, man. Plus den Venom Energy Drink. Jetzt weiß ich auch, warum du so krass drauf warst. Man, gib mal jetzt ein Like, man. Ich mach mal flexi, hol mal Handschuhe, man. Das dürfen wir nicht anfassen. Das können wir nur mit Handschuhe anfassen. Ja, das ist die normale Seite. Schau mal, das ist das Unterschied. Auf geht's, schau die Handschuhe. Kellen, Mann, hier sind die Handschuhe. Alter, du hast aber echt recht, man. Die Seite ist komplett neu und die ist komplett voll. Also irgendwie, hier ist die normale Seite von Venom und hier ist die böse Seite von Venom. Die Handschuhe sind ganz wichtig. Aber das will ich auch nicht anfassen. Ohne Handschuhe geht das gar nicht, man. Guck mal, das ist der Venom Schleim. Guck mal, hier ein, zwei Leute. Man, Flexi, bist du ganz sicher, dass ich den rausholen soll? Hey, Mann, das ist unsere Kokosnuss, natürlich. Den hat mich getrunken. Oh mein Gott, das ist der Venom Schleim aus dem Film. Wir haben ihn gesehen. Das ist so krass. Wie krass ist der? Das sieht voll eklig aus, ey. Flexi, Mann, guck mal. Was ist denn? Was machst du, Gangnamel? Flexi. Flexi, Tom. Was geht jetzt ab, Leute? Alter, ich muss jetzt irgendwie ausziehen. Das ist eklig. Leute, was habe ich getan? Ich wollte doch eigentlich nur Spaß machen, Mann. Ich wollte Flexi doch gar nichts antun. Jetzt ist Flexi weg. Flexi. Tom. Flexi, Mann. Leute, die sind einfach weg. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Mann? Oh mein Gott, Freunde. Was habe ich nur getan? Flexi, Tom. Wo seid ihr? Flexi, Mann. Gib mal ein Zeichen von mir, bitte. Flexi. Hallo, Flexi, Mann. Helm, Mann. Flexi? Flexi. 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 Flexi, bist du da unten? Flexi. Oh mein Gott, ich glaube, Flexi ist unten im Keller. Flexi. Flexi. Helm, Mann. Flexi. Flexi ist da drin. Was ist hier drin, Flexi? Ich komme. Hä? Flexi. Was geht jetzt? Was geht jetzt? Freunde, ihr habt es doch gesehen. Flexi war hier, Mann. Die Stimme kam von hier. Flexi. Flexi. Was geht jetzt? Mann, Freunde. Ich kann es nicht checken, Mann. Tom und Flexi, die sind einfach weg. Was habe ich da nur getan? Warum habe ich nur mir so einen Spaß erlaubt? Und Flexi mit dem Wellumschleim eingeschmiert? Flexi, Mann. Flexi, Mann. Was habe ich nur getan, Freunde? Flexi ist hier nirgendwo mehr, Mann. Der ist einfach weg. Und unser Kameramann, Tom, auch. Ihr habt es gesehen. Die Kamera ist einfach auf den Boden gefallen, Mann. Was ist... Wartet mal, Freunde. Flexi hat mir vor dem Video erzählt, dass Venom Angst vor Feuer hat. Ich baue jetzt hier überall Kerzen auf und hole mir irgendwas, damit ich den halt treiben kann, falls er kommt. Der muss hier sein. Ihr habt es gehört. Venom aka Flexi. Flexi. Venom muss hier sein. Das heißt, ich werde jetzt hier überall Kerzen im Hauptquartier aufstellen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass Venom kommt. Was meint ihr, Freunde? Wenn das geile Idee ist, dann zeigt es uns mal mit einem richtig fetten Like. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Wie ihr sehen könnt, habe ich im ganzen Zimmer überall viele, viele Kerzen aufgestellt. Und ich hoffe, dass all diese Kerzen Venom davon abhalten können, mich zu holen. Und außerdem habe ich noch meine Geheimwaffe. Schaut euch sie an. Das ist sie, Freunde. Also, das ist meine einzigste Chance. Es muss klappen. Und wenn es nicht klappt, werde ich wahrscheinlich getoastet. Venom! Wo bist du? Wo bist du? Venom! Oh mein Gott, da ist jemand. Hört ihr das? Warte, ich gehe ein Stück zurück. Ich verstecke mich lieber ein bisschen in diese Ecke hier. Er hasst Kerzen. Er hasst Feuer. Also, wenn wir ihn genau in die Mitte dieses Raums bekommen, ist er umzingelt. Okay, Venom. Venom, komm her. Ich bin hier hinter dem Tisch. Mein Gott, wer ist der? Guck, wie krank sind die aus, Freunde. Schaut euch mal an. Seid ihr bereit für meine Geheimwaffe? Ich habe eine Überraschung. Wie geht's dir, Venom? Bist du gut drauf? Venom, was ist mit dir passiert? Du siehst so aus, als hättest du dich verwandelt. Guck mal, in dem ganzen Zimmer habe ich hier Kerzen aufgestellt. Feuer! Interessiert dich nicht? Wieso interessiert es nicht? Ich komme. Aber schau mal, was ich hier habe. Ein elektronischer Flammenwerfer. Und damit werde ich die stechen, bixen. Wie ist das dafür bezahlt? Wow! Bleib, Freunde. Ich glaube, dass das funktioniert. Schau mal, ich hab' den Glück. Vielleicht nochmal. Wer, woher gehst du? Woher gehst du, Venom? Bleib hier. Wer, ich bleib, bleib hier. Venom, woher gehst du? Ich hab' mich doch. Alter. Nein. Oh Gott, ich hab' den Aschweck. Alter, war das Kran? Mann, er ist abgehauen. Hä? Flexi, Mann. Was machst du hier, Mann? Was ist denn los? Geht's dir gut, Flexi? Natürlich geht's mir gut. Geht's dir sicherlich gut? Natürlich geht's mir gut. Gott, Leute, Mann, was geht grad ab, Flexi, Mann? Was ist denn? Ich dachte, du warst Venom, Alter. Was für Venom? Okay, wenn Flexi sagt, dass es ihm gut geht, dann geht's ihm gut. Mir geht's gut. Weißt du was, wir warten einfach bis 4 Uhr und dann geht's dir bestimmt noch besser, Mann. Ja? Das denkst du nicht auch. Flexi! Ja! Das denkst du nicht.